Ich gehe zum ersten Mal mit Kindern in Einsatz. Ich gehe das erste Mal als Verheirat über Wandel in Einsatz. Ich gehe das erste Mal mit Haus und Hof in Einsatz. Von daher bin ich quasi wie vom ersten Einsatz. Es wird sehr sehr schwer, glaube ich. Hallo, ich bin Marco. Ich bin hauptfelder hier bei der Bundeswehr, 42 Jahre. Ich bin hier eingesetzt als IT-Feldwebel und bereite mich jetzt auf meinen Einsatz in Afrika vor. Und dazu in der Vorbereitung nehme ich jetzt euch mal eine Runde mit. Man merkt schon, dass es jetzt ernst wird. Wie gesagt, fünf Wochen noch ungefähr und dann müssen wir mal gucken. Wir fahren jetzt nach Erfurt ins Bundeswehrdienstleistungszentrum. Dort werden wir eingekleidet mit der gesamten Ausrüstung, die ich für den Auslandseinsatz in Baden brauche. Das ist wie einkaufen ohne zu bezahlen. Hier haben wir Protektoren drin. Mehr als genug. Die sind doppelt. Ist natürlich zum Vorteil, wenn man in Stellung geht oder sowas. In Deutschland weiß man ja schon, wenn draußen 40 Grad sind in der Sonne, dass man bloß ein T-Shirt oder kurze Hose anziehen braucht und man trotzdem schwitzt. Dann hast du noch Stiefel an und Kampfklamotten und alles. Nur dran denken fängt man an zu schwitzen. Und ganz ehrlich, das ist schon ganz schön warm. Jetzt schon. Unser Auftrag ist dort unten eine gemischte Aufklärungskompanie zu stellen mit verschiedenen Sensoren, die auf Fahrzeug abgesessen, in Gesprächsaufklärung und aus der Luft mit UAVs und UAS umherfliegen. Wir sollen dort Stabilität schaffen. Den Friedensprozess zwischen den Rebellen und der Regierung an sich stärken und unterstützen. Auch nicht ganz so leicht, diese Weste. Aber die dient ja zur Sicherheit. Wenn das nicht gefährlich wäre, würde das sie nicht anziehen müssen. Von daher, es gibt ganz einfach Sachen, da hilft auch eine Weste nicht. Da brauchen wir IDs und ähnliches. Wir sind ja da unten nicht, weil wir da unten Urlaub machen wollen, sondern weil wir da unten andere Aufträge haben. Ich werde jetzt meine heute empfangende Ausrüstung verpacken in meine zwei Einsatzkisten. Die haben genauso viele Erfahrungen wie ich. Meine Kisten, die waren bis jetzt auch überall dabei. Die werden mich auch jetzt wieder nach Mali begleiten und die Ausrüstung, die geht dann schon mal runter und ich gehe dann meine Ausrüstung hinterher. Ich weiß nicht, wie es ist, mit Kindern in den Einsatz zu gehen. Von daher sehe ich das grundsätzlich jetzt erstmal als schwierigsten Einsatz. Ich glaube auch sehr, dass ich daran zu knabeln habe, damit zurecht zu kommen. Es wird schon irgendwie gehen, weil andere haben es auch geschafft, aber es wird trotzdem schwierig. Das ist leider so. Jetzt haben wir den Schloss und ich mache mich jetzt auf meinem Weg nach Hause. Dann nehme ich euch jetzt mal mit. Für mich persönlich gibt es nichts Schöneres, dass du nach Hause fährst und zu Hause deine Familie wartet, weil seitdem ich Familienvater bin, ist die Familie für mich das Wichtigste, was es gibt. Also wir sind jetzt elf Jahre zusammen und haben uns kennengelernt im Internet und ja, kennengelernt, getroffen. Und dann ging es eigentlich ziemlich schnell. Dann bin ich auch gleich zu ihm gezogen. Dann war ich aber erstmal weg. Ein halbes Jahr habe ich gewartet. Das hier ist mein Rückzugsort bei schlechtem Wetter. Meine Hobbys hängen hier an der Wand. Ich bin früher im Motorsport tätig gewesen. Zehn Jahre lang. Ich bin Rallye gefahren mit mehr oder weniger Erfolg, wie man die Hunden am Tag sieht. Wenn ich die Zeit habe, gehe ich immer noch zu Veranstaltungen. Aber aktiv bin ich halt nicht mehr. Mir bleibt auch aufgrund des Berufs kaum noch Zeit, da selber tätig zu werden. Früher ging das mal noch, aber heute mit Haus, Hof und Kindern absolut nicht mehr machbar. Ja, beim Afghanistan-Einsatz war es natürlich schon schwer. Da hatten wir noch keine Kinder, da war alles auch noch ein bisschen einfacher. Aber die Sehnsucht, die war ja trotzdem da. Ich glaube, der war sogar sieben Monate oder so unterwegs. Für mich ist es am wichtigsten zu wissen, dass ich weiß, wenn ich meinen Fuß vom deutschen Boden abhebe, dass meine Familie im Fall X, wenn was passiert, abgesichert ist. Und zwar in alle Richtungen. Ich gehe davon aus, dass auch ich die ein oder andere Träne verweinen werde. Ich könnte es dann natürlich auf Malarone schieben, weil die ja weinerlich macht. Das werden echte Tränen sein bei mir, weil ich liebe meine Kinder, ich liebe meine Frau. Ich liebe hier einfach alles. Ich gehe zum ersten Mal mit Kindern in Einsatz. Ich gehe das erste Mal als verheirateter Mann in Einsatz. Ich gehe das erste Mal mit Haus und Hof in Einsatz. Von daher bin ich quasi wie vor dem ersten Einsatz 2002, wo ich das erste Mal vor so einem Einsatz stand. Und es wird sehr, sehr schwer. So, das war es mit den Vorbereitungen. Jetzt habt ihr ein bisschen gesehen, was alles dazu gehört. Ich hoffe, ich konnte euer Interesse wecken und ihr verfolgt uns auf den Social Medias weiter. Dann schaut vielleicht auch mal bei meinen Kameraden rein und wir sehen uns dann wieder in Mali. Da sagen wir auch mal, wenn ich auf fünf Stunden, dann Cocaine meine Tasne und mir wiederholfen.